Eine rechte Heiterkeit hatte nach diesem Spaziergang trotz aller von Isabu gemachten Anstrengungen nicht mehr aufkommen wollen. Was aber wenigstens für Boto und Lene das Schlimmere war, war das, dass diese Heiterkeit auch ausblieb, als sich beide von den Kameraden und ihren Damen verabschiedet und ganz allein in einem nur von ihnen besetzten Coupé die Rückfahrt angetreten hatten. Eine Stunde später waren sie ziemlich herabgestimmt auf dem trübselig erleuchteten Görlitzer Bahnhof eingetroffen und hier beim Aussteigen hatte Lene sofort und mit einer Art Dringlichkeit gebeten, sie den Weg durch die Stadt hin allein machen zu lassen. Sie seien ermüdet und abgespannt und das tue nicht gut. Boto aber war von dem, was er als schuldige Rücksicht und Kavalierspflicht ansah, nicht abzubringen gewesen und so hatten sie denn in einer klapperigen alten Droschke die lange, lange Fahrt am Kanal hin gemeinschaftlich gemacht, immer bemüht ein Gespräch über die Partie und wie hübsch sie gewesen sei, zustande zu bringen, eine schreckliche Zwangsunterhaltung, bei der Boto nur zu sehr gefühlt hatte, wie richtig Lenens Empfindung gewesen war, als sie von dieser Begleitung in beinahe beschwörendem Tone nichts hatte wissen wollen. Ja, der Ausflug nach Hankels Ablage, von dem man sich so viel versprochen und der auch wirklich so schön und glücklich begonnen hatte, war in seinem Ausgange nichts als eine Mischung von Verstimmung, Müdigkeit und Abspannung gewesen. Und nur im letzten Augenblick, wo Boto liebevoll, freundlich und mit einem gewissen Schuldbewusstsein sein Gute-Nacht-Lene gesagt hatte, war diese noch einmal auf ihn zugeeilt und hatte seine Hand ergreifend ihn mit beinahe leidenschaftlichem Ungestüm geküsst. Ach, Boto, es war heute nicht so, wie es hätte sein sollen. Und doch war niemand schuld, auch die anderen nicht. Lass es, Lene. Nein, nein, es war niemand schuld, dabei bleibt es. Daran ist nichts zu ändern, aber dass es so ist, das ist eben das Schlimme daran. Wenn wer Schuld hat, dann bittet man um Verzeihung und dann ist es wieder gut, aber das nutzt uns nichts. Und es ist auch nichts zu verzeihen. Lene, du musst noch einen Augenblick hören. Ach, mein einziger Boto, du willst es mir verbergen, aber es geht zu Ende. Und rasch, ich weiß es, wie du nur sprichst. Ich habe es freilich nur geträumt, fuhr Lene fort, aber warum habe ich es geträumt? Weil es mir den ganzen Tag vor der Seele steht. Mein Traum war nur, was mir mein Herz eingab. Und was ich dir noch sagen wollte, Boto, und warum ich dir die paar Schritte nachgelaufen bin, es bleibt doch bei dem, was ich dir gestern Abend sagte, dass ich diesen Sommer leben konnte, war mir ein Glück und bleibt mir ein Glück, auch wenn ich von heut ab unglücklich werde. Lene, Lene, sprich nicht so. Du fühlst es selbst, dass ich recht habe. Dein gutes Herz sträubt sich nur, es zuzugestehen und will es nicht wahrhaben, aber ich weiß es. Gestern, als wir über diese Wiese gingen und plauderten und ich dir den Strauß pflückte, das war unser letztes Glück und unsere letzte schöne Stunde. Mit diesem Gespräch hatte der Tag geschlossen und nun war der andere Morgen und die Sommersonne schien hell in Boto's Zimmer. Beide Fenster standen auf und in den Kastanien draußen querelierten die Spatzen. Boto selbst, aus einem Meerschaum rauchend, lag zurückgelehnt in seinem Schaukelstuhl und schlug dann und wann mit einem neben ihm liegenden Taschentuche nach einem großen Brummer, der, wenn er zu dem einen Fenster hinaus war, sofort wieder an dem anderen erschien, um Boto hartnäckig und unerbittlich zu umsummen, dass ich diese Bestie doch los wäre. Quälen, martern möchte ich sie. Diese Brummer sind allemal Unglücksboten. Und so hämisch zudringlich, als freuten sie sich über den Ärger, dessen Herold und Verkündiger sie sind. In diesem Augenblick schlug er wieder danach, wieder fort. Es hilft nichts. Also Resignation. Ergebung ist überhaupt das Beste. Die Türken sind die klügsten Leute. Das Zuschlagen der kleinen Gittertür draußen ließ ihn während dieses Selbstgesprächs auf den Vorgarten blicken und dabei des eben eingetretenen Briefträgers gewahr werden, der ihm gleich danach unter leichtem militärischen Gruß und mit einem Guten Moin, Herr Baron, erst eine Zeitung und dann einen Brief, in das nicht allzu hohe Parterrefenster hineinreichte. Boto warf die Zeitung beiseite, zugleich den Brief betrachtend, auf dem er die kleine dichtstehende, trotzdem aber sehr deutliche Handschrift seiner Mutter unschwer erkannt hatte. Dachte ich's doch. Ich weiß schon, ehe ich gelesen. Arme Lene. Und nun brach er den Brief auf und las Schloss Zeden, 29. Juni 1875. Mein lieber Boto, was ich dir als Befürchtung in meinem letzten Briefe mitteilte, das hat sich nun erfüllt. Rotmüller in Arnswalder hat sein Kapital zum 1. Oktober gekündigt und nur aus alter Freundschaft hinzugefügt, dass er bis Neujahr warten wolle, wenn es mir eine Verlegenheit schaffe, denn er wisse wohl, was er dem Andenken des seligen Herrn Barons schuldig sei. Diese Hinzufügung, so gut sie gemeint sein mag, ist doch doppelt empfindlich für mich. Es mischt sich so viel pretenziöse Rücksichtnahme mit ein, die niemals angenehm berührt, am wenigsten von solcher Seite her. Du begreifst vielleicht die Verstimmung und Sorge, die mir diese Zeilen geschaffen haben. Onkel Kurt Anton würde helfen, wie schon bei früherer Gelegenheit. Er liebt mich und vor allem dich, aber seine Geneidtheit immer wieder in Anspruch zu nehmen, hat doch etwas Bedrückliches und hat es umso mehr, als er unserer ganzen Familie, speziell aber uns beiden, die Schuld an unseren ewigen Verlegenheiten zuschiebt. Ich bin ihm trotz meines redlichen Kümmerns um die Wirtschaft nicht wirtschaftlich und anspruchslos genug, worin er recht haben mag, und du bist ihm nicht praktisch und lebensklug genug, worin er wohl ebenfalls das Richtige treffen wird. Ja, Brutto, so liegt es. Mein Bruder ist ein Mann von einem sehr feinen Rechts- und Billigkeitsgefühl und von einer in Geldangelegenheiten geradezu hervorragenden Gendilezza, was man nur von wenigen unserer Edelleute sagen kann, denn unsere gute Mark Brandenburg ist die Sparsamkeits- und wo geholfen werden soll sogar die Ängstlichkeitsprovinz. Aber so gentil er ist, er hat seine Launen und Eigenwilligkeiten. Und sich in diesen beharrlich gekreuzt zu sehen, hat ihn seit einiger Zeit aufs Ernsthafteste verstimmt. Er sagte mir, als ich letztens Veranlassung nahm, der uns abermals drohenden Kapitalskündigung zu gedenken, ich stehe gern zu Diensten, Schwester, wie du weißt. Aber ich bekenne dir offen, immer da helfen zu sollen, wo man sich in jedem Augenblicke selber helfen könnte, wenn man nur etwas einsichtiger und etwas weniger eigensinnig wäre. Das erhebt starke Zumutungen an die Seite meines Charakters, die nie meine hervorragendste war, an meine Nachgiebigkeit. Du weißt, Butho, worauf sich diese seiner Worte beziehen, und ich lege sie heute dir ans Herz, wie sie damals von Onkel Kurz Antons Seite mir ans Herz gelegt wurden. Es gibt nichts, was du, deinen Worten und Briefen nachzuschließen, mehr perhorizierst als Sentimentalitäten. Und doch, fürchte ich, steckst du selber drin, und zwar tiefer, als du zugeben willst oder vielleicht weißt. Ich sage nicht mehr. Rienegger legte den Brief aus der Hand und schritt im Zimmer auf und ab, während er den Meerschaum halb mechanisch mit einer Zigarette vertauschte. Dann nahm er den Brief wieder und las weiter. Ja, Butho, du hast unsere aller Zukunft in der Hand und hast zu bestimmen, ob dieses Gefühl einer beständigen Abhängigkeit fortdauern oder aufhören soll. Du hast es in der Hand, sage ich. Aber, wie ich freilich hinzufügen muss, nur kurze Zeit noch. Jedenfalls nicht auf lange mehr. Auch darüber hat Onkel Kurt Anton mit mir gesprochen, namentlich im Hinblick auf die Sellentiner Mama, die sich bei seiner letzten Anwesenheit in Roten Moor in dieser sie lebhaft beschäftigenden Sache nicht nur mit großer Entschiedenheit, sondern auch mit einem Anflug von Gereiztheit ausgesprochen hat. Ob das Haus Rienegger vielleicht glaube, dass ein immer kleiner werdender Besitz nach Art der sibyllinischen Bücher, wo sie den Vergleich her hat, weiß ich nicht, immer wertvoller würde. Käthe werde nun 22, habe den Ton der großen Welt und verfüge mit Hilfe der von ihrer Tante Kielmannsecke herstammenden Erbschaft über ein Vermögen, dessen Zinsbetrag hinter dem Kapitalsbetrag der Rieneggerschen Heide samt Moränensee nicht sehr erheblich zurückbleiben werde. Solche junge Dame lasse man überhaupt nicht warten, am wenigsten aber mit so viel Beharrlichkeit und Seelenruhe, wenn es Herrn von Rienegger beliebe, das, was früher darüber von Seiten der Familie geplant und besprochen sei, fallen zu lassen und stattgehabte Verabredungen als bloßes Kinderspiel anzusehen, so habe sie nichts dagegen. Herr von Rienegger sei frei von dem Augenblick an, wo er frei sein wolle. Wenn er aber umgekehrt vorhabe, von dieser unbedingten Rückzugsfreiheit nicht Gebrauch machen zu wollen, so sei es an der Zeit, auch das zu zeigen. Sie wünsche nicht, dass ihre Tochter in das Gerede der Leute komme. Du wirst dem Tone, der hieraus spricht, unschwer entnehmen, dass es durchaus nötig ist, Entschlüsse zu fassen und zu handeln. Was ich wünsche, weißt du, Meine Wünsche sollen aber nicht verbindlich für dich sein. Handle, wie dir eigene Klugheit es eingibt. Entscheide dich so oder so, nur handle überhaupt. Ein Rückzug ist ehrenvoller als fernere Hinausschiebung. Säumst du länger, so verlieren wir nicht nur die Braut, sondern das Sellentiner Haus überhaupt. Und was noch schlimmer, ja, das Schlimmste ist, auch die freundlichen und immer hilfebereiten Gesinnungen des Onkels. Meine Gedanken begleiten dich. Möchten sie dich auch leiten können. Ich wiederhole dir, es wäre der Weg zu deinem und unser aller Glück, womit ich verbleibe, deine dich liebende Mutter Josefine von Erbpunkt. Brutto, als er gelesen war, in großer Erregung. Es war so, wie der Brief es aussprach. Und ein Hinausschieben nicht länger möglich. Es stand nicht gut mit dem Rienekerschen Vermögen. Und Verlegenheiten waren da, die durch eigene Klugheit und Energie zu heben, er durchaus nicht die Kraft in sich fühlte. Wer bin ich? Durchschnittsmensch aus der sogenannten Obersphäre der Gesellschaft. Und was kann ich? Ich kann ein Pferdstall meistern, einen Kapaun tranchieren und ein Jö machen, das ist alles. Und so habe ich denn die Wahl zwischen Kunstreiter, Oberkellner und Troupier. Höchstens kommt noch der Troupier hinzu, wenn ich in eine Fremdenlegion eintreten will und lehne dann mit mir als Tochter des Regiments. Ich sehe sie schon in kurzem Rock und Hackenstiefeln und ein Tönnchen auf dem Rücken. In diesem Tone sprach er weiter und gefiel sich darin, sich bittere Dinge zu sagen. Endlich aber zog er die Klingel und beorderte sein Pferd, weil er ausreiten wolle. Und nicht lange, so hielt seine prächtige Fuchsstute draußen, ein Geschenk des Onkels, zugleich der Neid der Kameraden. Er hob sich in den Sattel, gab dem Burschen einige Weisungen und ritt auf die Moabiterbrücke zu, nach deren Passierung er in einen breiten, über Fenn und Felde die Jungfernheide hinüberführenden Weg einlenkte. Hier ließ er sein Pferd aus dem Trab in den Schritt fallen und nahm sich, während er bis dahin allerhand unklaren Gedanken nachgehangen hatte, mit jedem Augenblicke fester und schärfer ins Verhör. Was ist es denn, was mich hindert, den Schritt zu tun, den alle Welt erwartet? Will ich Lene heiraten? Nein. Habe ich sie ihr versprochen? Nein. Erwartet sie es? Nein. Oder wird uns die Trennung leichter, wenn ich sie hinausschiebe? Nein. Immer nein. Und wieder nein. Und doch säume und schwanke ich, das eine zu tun, was durchaus getan werden muss. Und weshalb säume ich? Woher diese Schwankungen und Vertagungen? Törichte Frage, weil ich sie liebe. Kanonenschüsse, die vom Tegler Schießplatz herüberklangen, unterbrachen hier sein Selbstgespräch. Und erst als er das momentan unruhig gewordene Pferd wieder beruhigt hatte, nahm er den früheren Gedankengang wieder auf und wiederholte, weil ich sie liebe. Ja. Und warum soll ich mich dieser Neigung schämen? Das Gefühl ist souverän. Und die Tatsache, dass man liebt, ist auch das Recht dazu. Möge die Welt noch so sehr den Kopf darüber schütteln oder von Rätseln sprechen. Übrigens ist es kein Rätsel. Und wenn doch, so kann ich es lösen. Jeder Mensch ist seiner Natur nach auf bestimmte, mitunter sehr, sehr kleine Dinge gestellt. Dinge, die trotzdem sie klein sind. Für ihn das Leben. Oder doch des Lebens Bestes bedeuten. Und dies Beste heißt mir Einfachheit, Wahrheit, Natürlichkeit. Das alles hat Lehne. Damit hat sie mir es angetan. Und da liegt der Zauber, aus dem mich zu lösen, mir jetzt so schwerfällt. In diesem Augenblick stutzte sein Pferd und er wurde eines aus einem Wiesenstreifen aufgescheuchten Hasen gewahr, der dicht vor ihm auf die Jungfernheide zujagte. Neugierig sah er ihm nach und nahm seine Betrachtungen erst wieder auf, als der Flüchtige zwischen den Stämmen in der Heide verschwunden war. Und war es denn, fuhr er fort, etwas so Törichtes und Unmögliches, was ich wollte? Nein, es liegt nicht, in mir die Welt herauszufordern und ihr und ihren Vorurteilen öffentlich den Krieg zu erklären. Ich bin durchaus gegen solche Don Quixotterien. Alles, was ich wollte, war ein verschwiegenes Glück. Ein Glück, für das ich früher oder später um des ihr ersparten Affronts Willen die stille Guteisung der Gesellschaft erwartete. So war mein Traum, so gingen meine Hoffnungen und Gedanken. Und nun soll ich heraus aus diesem Glück und soll ein anderes eintauschen, das mir keins ist? Ich habe eine Gleichgültigkeit gegen den Salon und einen Widerwillen gegen alles Unwahre, Geschraubte, Zurechtgemachte, Schick, Turnure, Savoir, Fair, mir alles ebenso hässliche wie fremde Wörter. Hier bog das Pferd, das er schon seit einer Viertelstunde kaum noch im Zügel hatte, wie von selbst in einen Seitenweg ein, der zunächst auf ein Stück Ackerland und gleich dahinter auf einen von Unterholz und ein paar Eichen eingefassten Grasplatz führte. Hier im Schatten eines der älteren Bäume stand ein kurzes, gedrungenes Steinkreuz. Und als er näher heranritt, um zu sehen, was es mit diesem Kreuz eigentlich sei, las er Ludwig von Hinkeldei, gestorben 10. März 1856, wie das ihn traf. Er wusste, dass das Kreuz hier herumstehe, war aber nie bis an diese Stelle gekommen und sah es nun als ein Zeichen an, dass das seinem eigenen Willen überlassene Pferd ihn gerade hierher geführt hatte, der Hinkeldei. Das war nun an die 20 Jahre, dass der damals Allmächtige zu Tode kam. Und alles, was bei der Nachricht davon in seinem Elternhause gesprochen worden war, das stand jetzt wieder lebhaft vor seiner Seele. Vor allem eine Geschichte kam ihm wieder in Erinnerung. Einer der bürgerlichen, seinem Chef übrigens besonders vertrauten Räte, hatte gewarnt und abgemahnt. Und das Duell überhaupt und nun gar ein solches und unter solchen Umständen als einen Unsinn und ein Verbrechen bezeichnet. Aber der sich bei dieser Gelegenheit plötzlich auf den Edelmann hin ausspielende Vorgesetzte, hatte brüsk und hochmütig geantwortet, Nörner, davon verstehen Sie nichts. Und eine Stunde später war er in den Tod gegangen. Und warum? Einer Adelsvorstellung, einer Standesmarotte zuliebe. die mächtiger war als alle Vernunft, auch mächtiger als das Gesetz, dessen Hüter und Schützer zu sein, er recht eigentlich die Pflicht hatte. Lehreich! Und was habe ich speziell daraus zu lernen? Was predigt dies Denkmal mir? Jedenfalls das eine, dass das Herkommen unser Tun bestimmt. Wer ihm gehorcht, kann zugrunde gehen, aber er geht besser zugrunde als der, der ihm widerspricht. Während er noch so sann, warf er sein Pferd herum und ritt querfeldein auf ein großes Etablissement, ein Waldzwerg oder eine Maschinenwerkstatt zu, daraus aus zahlreichen Essen, Qualmen und Feuersäulen in die Luft stiegen. Es war Mittag und ein Teil der Arbeiter saß draußen im Schatten, um die Mahlzeit einzunehmen. Die Frauen, die das Essen gebracht hatten, standen plaudernd daneben, einige mit einem Säugling auf dem Arm und lachten sich untereinander an, wenn ein schelmisches oder anzügliches Wort gesprochen wurde. Rienäcker, der sich den Sinn für das Natürliche mit nur zu gutem Recht zugeschrieben, war entzückt von dem Bilde, das sich ihm bot. Und mit einem Anfluge von Neid sah er auf die Gruppe glücklicher Menschen. Arbeit und täglich Brot und Ordnung. Wenn unsere märkischen Leute sich verheiraten, so reden sie nicht von Leidenschaft und Liebe. Sie sagen nur, ich muss doch meine Ordnung haben. Und das ist ein schöner Zug im Leben unseres Volkes. Und nicht einmal prosaisch, denn Ordnung ist viel und mitunter alles. Und nun frage ich mich, war mein Leben in der Ordnung? Nein, Ordnung ist Ehe. So sprach er noch eine Weile vor sich hin und dann sah er wieder Lene vor sich stehen, aber in ihrem Auge lag nichts von Vorwurf und Anklage, sondern es war umgekehrt, als ob sie freundlich zustimme. Ja, meine liebe Lene, du bist auch für Arbeit und Ordnung und siehst es ein und machst es mir nicht schwer. Aber schwer ist es doch für dich und mich. Er setzte sein Pferd wieder in den Trab und hielt sich noch eine Strecke hart an der Spree hin. Dann bog er an den in der Mittagsstille daliegenden Zelten vorüber in einen Reitweg ein, der ihn bis an den Wrangelbrunnen und gleich danach bis vor seine Tür führte.